Ja, bitte hier unten rechts gleich schneller drehen, weil ich so langsam spreche. Da bei dem runden Ding können Sie das Tempo beliebig wählen. Ja, heute was haben wir hier? Wir haben die Gemeinwohlökonomien und Fridays for Future. Fridays for Future macht ja wieder morgen einen nutzlosen Großstreik gegen die Gemeinwohlökonomien und Fridays for Future gegen Markus Krall, Hans-Werner Sinn und Sarah Wagenknecht. Das werden nachher die Tagesthemen sein. Aber erst mal die Kurznachrichten und ja, vielleicht erst einmal die Kernaussage, dass das Dilemma der Menschheit daraus besteht, dass wir in der Schule alle das Falsche gelernt haben. Ja, und da wird alles, was wichtig ist, in der Schule nicht lernen, aufgrund der Fehlanreize im Bildungssystem. Ja, also ich will es mal hart sagen, Kindern den Spaß am Lernen zu verderben führt zu größeren Karrieren bei Lehrern, weil dann das Lehrertum anwächst. Und so haben wir das Resultat, dass nach 13 Jahren Schule die Kinder nur noch die Hälfte dessen können, was sie früher nach neun Jahren Schule konnten. Ja, und das ist die Evolution, die stattfindet. Warum das so ist, ja, also und ich glaube, ich muss einfach immer wieder die Schule nachholen. Aber bevor ich jetzt die Schule nachhole, nur ganz kurz. Professor Drosten äußert mal wieder seine übertriebenen Ängste. Der hat wirklich Angst vor diesem Virus. Das ist eben auch, weil in der Evolution der pharmazeutischen und Medizinsysteme unserer Wirtschaftsform sozusagen immer nur die überleben, die Gefahren übertreiben, weil sie dann mehr verkaufen können. So einfach ist das, aber dazu fehlt uns die Schulbildung, um das verstehen zu können. Schluck Wasser. Und die EU-Asylpläne wurden vorgestellt, so was man so an Ideen hat. Aber der entscheidende Punkt ist nicht gefallen, dass wir natürlich sozusagen, ja, letztendlich, wir brauchen ja Asylanlagen, ja. Also zum Beispiel hier, gehen wir doch mal hier hin. So, jetzt haben wir hier ein Krisengebiet, ja, Syrien zum Beispiel, ja. Und dann macht Deutschland und andere Länder vielleicht auch, auf die UNO wage ich kaum zu hoffen, dass man da wirklich eine gute Lösung hinkriegt. Aber Deutschland, wegen seiner besonderen Geschichte, macht hier in einem der Nachbarländer, macht Deutschland Asylanlage, eine Asylanlage. So, jetzt flüchten die Flüchtlinge da hin. Und jetzt muss man darauf achten, dass der Lebensstandard hier jetzt nicht besser ist als hier. Sonst machen sich die Leute da gemütlich und wollen auch nach Ende des Krieges nicht wieder zurück, ne. Also hier, gleicher Lebensstandard wie im Herkunftsland, vor dem Krieg natürlich. Und so. Und da werden sie versorgt und können warten, bis der Krieg vorbei ist. Und dann gibt es in der Asylanlage eine kleine Abteilung, wo die Leute beweisen können, welche Qualifikationen sie haben, wo sie in Online-Konferenzen mit potenziellen Arbeitgebern reden können, wo sie von denen geprüft werden können, auf ihr tatsächliches Wissen und so weiter. Und dann können die, zum Beispiel die deutschen Unternehmen, solche Leute mal sozusagen mit denen einen Arbeitsvertrag machen und die beschäftigen. Und das ist gut für uns, ja, wenn wir aus aller Welt sozusagen kluge Köpfe aus aller Welt nach Deutschland kommen und uns mithelfen, also unseren Niedergang aufzuhalten und wirtschaftlichen Erfolg zu erzeugen. Das ist dann gut so, sozusagen. Und sonst darf einfach niemand mehr nach Deutschland. Also dann muss es mal heißen, drei Wochen lang überall rumposaunt werden in allen Medien, denn wer aufgegriffen wird ohne eine gültige Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, kommt zehn Jahre ins Gefängnis ohne Chance auf Verkürzung dieser Gefängniszeit. Und wenn dann mal die erste Person für zehn Jahre im Gefängnis sitzt und das so richtig schön nochmal gezeigt wird, dann werden sie feststellen, dass alle, die hier nichts zu suchen haben, ruckzuck Deutschland verlassen werden und weg sind sie sozusagen, ja. Und dann, ja, also das ist der Weg, ja. Und dann müssen sie Folgendes machen, ja. Wenn jetzt hier jemand aus Syrien, hier eine kluge Frau, kluger Mann, hat einen guten Job gefunden in Deutschland über die Online-Konferenzen und die Online-Prüfungen und so weiter. Und, ja, dann herzlich willkommen. Aber nun ist es ja nun so, wir wollen ja keine Parallelgesellschaften. Das heißt, alle Frauen, die aus dem Ausland sind, zum Beispiel jetzt alle Frauen aus Syrien, da wird also ein Gentest gemacht bei ihren Kindern, ja. Und bei den Kindern, und wenn man dann feststellt, dass der Vater nicht aus Deutschland stammt, sondern, also der Erzeuger nicht aus Deutschland stammt, sondern eher aus Syrien oder, ja, aus anderen Teilen der Welt, dann muss diese Frau auswandern, dann wird, also, dann wird ihr Job gekündigt und sie muss wieder zurück, ja, zurück in die Asylanlage, weil wir keine Leute haben wollen, die Parallelgesellschaften begründen. Also wir machen diese genetischen Tests bei allen Frauen, die zugewandert sind, ja, sozusagen. Und wenn die dann halt ein Kind haben von einem Nichtdeutschen, dann müssen sie Deutschland sofort verlassen mit ihrem Kind. Und auch der Mann, der Erzeuger, falls man den rausfindet, muss auch Deutschland verlassen. Denn wir wollen keine Leute, wir wollen Leute, die hierher kommen, die klug sind, die sich mit, die die Deutschen lieben. Also das Bild ist eigentlich immer so, das können Sie in vielen Western sehen, ja. Wenn dann zum Beispiel ein weißer Mann sozusagen verliebt sich in die Häuptlingstochter der Indianer und so weiter. Und wir stellen sich nun vor, wie die dumm die Indianer gucken würden, wenn der da sozusagen einziehen würde und dann Kinder haben würde mit einer weißen Frau, würden sich die Indianer fragen, was will der hier, ja. Also der richtige Weg ist immer, ein weißer Mann, eine weiße Frau verliebt sich in eine indianische Person und hat mit dem Kinder und es kommt zu einer Befruchtung sozusagen dieser Gesellschaft, ja. Und bei den Indianern ist es dann oft, es ist ein weißer Mann, ein weißer Mann, der eben sehr viel Fähigkeiten hat und deswegen auch sehr hilfreich für die Indianergruppe ist, so. Und alles andere dürfen wir nicht zulassen, weil das ist der menschliche Weg, ja. Und wie gesagt, also jedes Kind, das von einer ausländischen Person geboren wird, wird gengetestet, das geht ja ganz, ich glaube, das geht ja mit so einem Wattestäbchen und so weiter. Und wenn dann sich herausstellt, dass der Vater nicht zu der deutschen Gruppe gehört, dann muss die Mutter mit dem Kind das Land verlassen. So kriegen wir Ordnung in das Ganze rein. Im Moment scheint es so zu sein, jetzt gibt es einen Überbietungswettbewerb. Die einen klagen gegen zu wenig Corona-Maßnahmen, nach Ischgl zum Beispiel, und eben der Corona-Ausschuss, Rechtsanwalt Füllmich, klagen gegen zu viele Maßnahmen. Ich vermute, dass die Klage gegen zu wenig Maßnahmen eben gedacht ist, um abzulenken von den Klagen gegen zu viele Maßnahmen. Ja, und jetzt hole ich erstmal die Schulbildung nach, aber dann komme ich ja alles zu allem. Also was hat unser krankes Schulsystem Ihnen nicht beigebracht? Gehen wir doch mal kurz durch. Also hier nochmal unser Tagesbild. Was hat Ihnen unser krankes Schulsystem nicht beigebracht? Das müssen Sie halt jetzt mal nachholen. Sie müssen halt mal nachsitzen sozusagen. Auch im Internet gibt es Massen an Sendungen darüber, also Filme darüber, sogar Bilder und Filme, wo das Universum gefilmt wurde und so weiter. Und da lernen Sie mal ein bisschen das kennen, dass vor 13,8 Milliarden Jahren angeblich sozusagen ein Urknall stattfand, ungefähr vor 10 Milliarden Jahren unsere Galaxie, die Milchstraße entstand, vor circa 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem mit Sonne, Mond und Erde. Und dann vor 3,5 Milliarden Leben begann eine größere Geschichte zu werden, DNS und so weiter. Und all das, jetzt können Sie denken, ach nee, ich weiß das besser. Dann kann ich Ihnen nur sagen, dann haben Sie auf irgendwelche Sektierer gehört und haben sich von irgendwelchen weltfremden, in Irrtum befindlichen Menschen indoktrinieren lassen. Denn Sie müssten ja jetzt Nachhinweise dafür haben, dass all diese Tausenden an Forscher und dass all diese Kamerabilder und Filmbilder, dass die alle aktiv gefälscht sind, weil, was weiß ich, man Profit machen kann, indem man den Leuten ein falsches Bild dieses Universums malt. Dafür gibt es aber, ich bin natürlich, alle echten Wissenschaftler sind gerne bereit, darüber zu diskutieren, wer da vielleicht welches Interesse haben könnte uns und wie dann Tausende von Leuten ein Interesse daran haben könnten, uns ein völlig falsches Bild vom Universum zu malen und uns vorzumachen, die Erde sei eine Kartoffel statt einer Scheibe und so weiter. Also da sind wir ja offen für, dass man darüber diskutieren kann. Aber in der Summe haben wir bis jetzt keinen Hinweis dafür gefunden, dass das grundsätzlich gefälscht ist. Wir haben eher Hinweise dafür gefunden, dass alle anderen Konzepte sozusagen Irrtümer sind und dass da bestimmte Interessen bestehen, bestimmte sektierische Weltbilder aufzumachen, die einfach nicht stimmen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. So, also gucken Sie sich das alles im Internet an, schauen Sie Bilder von unserer Galaxie, von unserem Sonnensystem und da spielt auch dieses Naturgesetz von der Gravitation nach Sir Isaac Newton eine große Rolle in diesen Phasen. Und hier beginnt jetzt nun groß zu werden das Wirken des Naturgesetzes von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion, also nach Darwin und Wallace, ne. Ja, und dann hier 3,5 Milliarden Jahre, da läuft das Leben quasi an und es ist aber alles nicht so wichtig. Wir gehen also von 3000 mal eine Million Jahre, gehen wir jetzt mal auf 65 Millionen Jahre, da sind wir dann ungewiss, gehen wir wieder zurück, hier 65 Millionen Jahre, ne. Schluck Wasser. Aussterben der allseits Bekannten der Dinosaurier, Meteoriteneinschlag, Aufstieg unserer Urgroßeltern als Säugetiere auf die Bäume rauf sozusagen und wir sind dann hier bei 13,8 Millionen Jahren, da gehe ich jetzt hier hin, 13,8 Millionen Jahren, da sind unsere Urgroßmütter sozusagen relativ Gorillaartige, man könnte sagen sowas wie die Gorillas der Bäume, ne. Kletternde Gorillas mit großen Eckzähnen und dann hier allmählich dann immer mehr in den Bäumen auf zwei Füßen rumlaufen, auf den Ästen und dann hier irgendwann geht es immer mehr Richtung aufrechter Gang in der Graslandschaft, in der Savanne und sozusagen, und dann sozusagen hier allmählich der Verlust unserer Gorillaartigen Eckzähne, die Gorilla beim Gorilla, der Gorilla jagt ja nicht, da sind die Eckzähne ausschließlich für Eifersucht und Rivalenkampf da sozusagen und die verschwinden, das spricht für eine neue Sozialform, die sich entwickelt hat, nämlich eben eine Art Bonobo-kommunistische Lebensweise mit Gruppen, Ehe und so weiter, wo also die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und wo um Sexualität und wo also alles ohne Eifersucht und Rivalenkampf abläuft sozusagen. Und das ist der Bonobo-Kommunismus, da waren wir glücklich, das war vor, also der entstand jetzt so allmählich, ja, und dann haben wir die Technik erfunden, die ersten haben vor 2,5 Millionen Jahren wurde die Produktion der ersten Steinmesser und Steinhämmer aufgenommen und so ging es dann mit der Technik schnell bergauf. Vor 2 Millionen Jahren verloren wir die letzten Merkmale von Eifersucht und Rivalenkampf, nämlich die Unterschiedlichkeit Gorillas sind ja doppelt so schwer wie die Frauen, weil sie kämpfen müssen im Zweifelsfalle und dann wurden Männer und Frauen relativ ähnlich, es gibt noch kleine Unterschiede, aber nichts im Vergleich zu den Gorillas. Wir wurden also noch mehr zu kommunistischen Tieren. Dann haben wir hier wohl irgendwo das Fell verloren, die Haare verloren, weil wir ja schwitzen mussten in der Savanne und so weiter, ist alles nicht so wichtig. Dann haben wir hier, sind wir hier bei 400.000 Jahren und jetzt gehe ich hier hin, 400.000 Jahre, ja, und da, das bricht uns jetzt das Genick. Wir erfinden erst den Tausch, der ist harmlos, aber dann machen wir daraus ein Geschäft. Der Tauschhandel, freier Markt und freie Arbeitsteilung und jetzt geht es bergab. Jetzt ruiniert es uns, ja, hier irgendwann, hier die ersten, möglicherweise hier vor 170.000 Jahren, die ersten Frühärzte, manche sagen, ein Professor sagt, der Fernhandel sei schon vor 300.000 Jahren erfunden worden, manche sagen, Professor Schrenk sagt eher, 140.000 Jahre Hinweise auf die Erfindung des Fernhandels. Dann sind wir hier, gehen wir hier auf 40.000 Jahre, also gehe ich wieder zurück. Hier sind wir jetzt also bei 40.000 Jahren und hier in diesem Bereich sozusagen erreicht das Gehirn trotz all der schädigenden Einflüsse sein Maximum, also von 1,5 Liter sozusagen, also die klügste Menschheitsphase und hier wird auch wohl Geld erfunden und sozusagen und hier langsam fängt es an mit Ackerbau und Viehzucht und das wird dann vor 10.000 Jahren ganz stark und da geht es dann ganz stark bergab. Die Seuchen kommen auf, wir werden mickriger, kleiner, kränker, Seuchen, weil die Fehlernährung, weil Ackerbau und Viehzucht Fehlernährung bedeuten und dann geht es so richtig schön bergab. Und ja, und heute sind wir, sind wir Wracks, ja, die Menschen sind Wracks, fette, stinkende, vor sich hin faulende Wracks, ja, das sind wir nun mal, ja. Also noch einmal kurz vor 13,8 Millionen Gorillas der Bäume, Gorillas der Bäume, dann hier so langsam aufrechter Gang und dann hier so, ja, vielleicht hier so vor 2,5 Millionen Jahren auf Beginn der Produktion von Steinmessern und Steinexten, dann, und jetzt wächst natürlich das Gehirn, warum wächst das jetzt, weil mit den Steinmessern und Steinexten kann ich Ideen technisch umsetzen in mehr Nahrung und dann werden natürlich die Kinder, die zufällig geboren werden mit größeren Gehirnen, die können Nachkommen hinterlassen, weil eben die Steinmesser und die Steinhämmer erlauben, dass man, dass die Kinder mit den großen Gehirnen und die Erwachsenen dann mit den größeren Gehirnen diesen erhöhten Energiebedarf mit mehr Nahrung ausgleichen konnten, sozusagen. Dann haben wir eben vor 400.000 Jahren, ja, dann hier fälllos, also den nackten, aufrechtgehenden Bonobo, den zweiten Bonobo mit den Technikhänden, dem großen Gehirn, vielleicht so, ich weiß nicht, 1200 Milliliter oder so, Größenordnung ist nicht so wichtig, wie genau. Und dann Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung und aber da Entwicklungen langsam gehen, am Anfang ist es ja so, dass die Schädigungen durch freien Markt und freie Arbeitsteilung noch nicht so gewaltig waren, da stieg das Gehirn noch an bis 1500 Milliliter, wir würden größer und stattlicher und dann sozusagen kippte die Kurve ab und seit, dann ging es vor 40.000, 30.000 Jahren so richtig schön bergab mit uns. Heute sind wir wieder mickrig und relativ mickrig und haben nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen, sind also schon mal 150 Milliliter Drübdümer geworden im Durchschnitt und dann werden wir hier, diese Bilder müssten so richtig fett sein, wir degenerieren in Zukunft immer mehr, werden immer kränklicher, Osteoporose und so weiter und landen am Ende alle am Rollator hinschleichend und so weiter, also eine degenerierte Menschheit. Da haben wir ja in den USA den Ausblick, was da alles noch auf uns zukommt, wenn wir so weitermachen. Ja, jetzt gucke ich nochmal hier, so und ja und der Bonobo-Kommunismus, der lief also so, dass es da kein Arm und Reich gab sozusagen, sondern die Männer hier, 120 Männer, Frauen, Kinder und die Männer schenken alles, was sie an Nahrung finden, den geliebten Frauen und Kindern und dadurch, daraus resultiert dann eine höhere Vaterschaftswahrscheinlichkeit aufgrund der besonders konstruierten weiblichen Körper und also Spermakonkurrenz und Orgasmus-Ansaug-Reflex und so weiter, bedeuten das also sozusagen statt dem Rivalenkampf ist jetzt der, heißt der Kampf, welcher Mann schenkt den Frauen und Kindern mehr. Ja, dadurch gibt es kein Reichtum, sondern es wird alles verschenkt an die Gruppe, die Töchter, wenn sie anfangen sozusagen Richtung Erwachsenen werden zu gehen, also junge pubertierende Mädchen gehen in die Nachbargruppen und lieben sich dort ein und dort wachsen dann die Enkelkinder auf, dann besucht man die Gruppen, es ist alles pazifistisch, friedlich, liebevoll und kooperativ und so weiter. Ja, ja, und das wurde dann zerstört, also ja, dieser Bonobo-Kommunismus, wie wurde der zerstört? Ja, wir haben hier die ersten, den ersten Früharzt und Frühhändler, der noch in der Wahrheit lebt, dann kommt das, wirkt das Naturgesetz von Mutation und Selektion und das ist der erste sich irrende Früharzt und Frühhändler und der glaubt wirklich so Sachen wie, ja, sozusagen, nein, ihr könnt ruhig auch denaturiert leben, ihr könnt euch denaturiert ernähren, in Wahrheit gibt es da so winzige Killer, die wir später Viren und Bakterien nennen werden, die morden euch und ihr könnt nur gesund bleiben, wenn ihr meine Behandlungen und meine Impfungen und so weiter kauft und Tests und so weiter und dieser Irrtum sozusagen und dann sagt er noch so Dinge wie, oh, ist das eklig mit eurem Bonobo-Kommunismus, all dieser Sex, all das Geschmuse und so weiter, das ist doch ekelhaft, außerdem werdet ihr davon krank und so weiter, hört auf damit und so weiter, ja, und jetzt wird alles, was Menschen glücklich macht, unterdrückt und was machen sie, sie werden esssüchtig, Zigarettenalkoholsüchtig später und so weiter und aufgrund dieser Sucht sozusagen werden sie ständig krank, er kann unheimlich viel verkaufen, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach und diese gewinnvorteilbringenden Irrtümer werden sozusagen sozusagen zum Ausbildungsinhalt aller Wissenschaften sozusagen und besonders der Medizinwissenschaften, ja. Und so haben wir dann also, ja, letztendlich die Zerstörung des Bonobo-Kommunismus, denn welcher Mann schenkt schon noch alles den Frauen und Kindern, wenn er nicht mehr geliebt wird, wenn kein Sex mehr da ist und so weiter. Also fangen die Männer an zu akkumulieren, sie fangen an machtsüchtig zu werden und machen ihr eigenes Ding und jetzt plötzlich geht die Schere zwischen Arm und Reich auf und so weiter und jetzt müssen wir hier hingehen und müssen also hier sozusagen die Rollen vertauschen, wir müssen den wahrheitsorientierten Händler, also unsere Ausnahmeärzte und Psychologen und so weiter und die wahren, also wahrheitsorientierten Händler und müssen die belohnen, sodass die dann mehr Nachkommen bekommen können und deren Wahrheiten sich ausbreiten, also dass wir dann also vorteilbringende Wahrheiten kriegen, die sich ausbreiten, Schluck Wasser. Und egal wie wir das machen, ob wir das über die Wohlfühlstimme machen oder über andere Anreiztechniken, positiven Anreiztechniken, das spielt alles keine Rolle, Hauptsache wir tun es. Und dann, ja, dann haben wir sozusagen das Problem des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung durch dieses echte, echt und richtige planwirtschaftliche Vorgehen sozusagen korrigiert und haben dann sozusagen eine gesunde Gesellschaft. Dann, ja, dann werden wahrscheinlich hier unsere, unsere, unsere geliebten Milliardärskönige, Politikkönige und Journalistenkönige, die werden wieder in den ersten aus den Hausarzt-Gesundheitskommunen, sich herausbildenden, ersten freiwillig herausbildenden, ersten Bonovo-kommunistischen Kommunen sozusagen wieder, die werden dann da zu Besuch kommen und werden anfangen, dann irgendwann, wenn sie sich in ihre Kommune verliebt haben und in dieses glückliche Leben werden sie alles anfangen, den Frauen und Kindern zu schenken und den Enkelkindern und so weiter, ihre Kommunen. Und ja, und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich zügig wieder zusammen und wir sind wieder in einem gesunden Zustand, ja, und so weiter. Und ja, dadurch haben wir eine gute Welt und können dann eine Hightech-mäßige Form der Abrüstung wählen. Und ja, dann haben wir noch das Riesenproblem der Überbevölkerung, also hier auf der ganzen Erde, die ganze Erde erstickt an Menschen, ja, sozusagen. Angeblich könnten ja, was weiß ich, eine Milliarde oder zwei Milliarden Menschen durchaus mit einem hohen Lebensstandard leben, ohne dass die ganze Erde kaputt geht dabei, aber eben nicht acht oder zehn oder zwanzig Milliarden, ne. Nun gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall, was muss man machen? Also, das mit den Asylanlagen habe ich ja schon geschildert, ne. Und hier, also wir müssen Folgendes machen. Jede Frau auf der Welt bekommt den Satz, mein Neugeborenes gehört absolut mir. 15 Stunden, 24 Stunden, müssen wir diskutieren, ja. Und dann, wie in der Natur kann sie allein entscheiden, nehme ich das Kind an oder lasse ich es sterben? Und sterben muss natürlich, das Kind, Neugeborene muss natürlich in einem glückseligen Drogenzustand einschlafen und so weiter. Also keine, nicht so grausam, wie es in der Natur war. Und das sozusagen, so, und dann müssen wir eben sagen, für Neugeborene kriegen Mütter null. Wir füttern alle Armen auf der Welt, aber neugeborene Kinder füttern wir also gar nicht, ja. Dadurch werden sich diese Mütter alle gegen diese Kinder entscheiden. Und damit sterben alle, die, die sich noch nicht mal selber ernähren können, sterben aus. Und übrig bleiben die Kompetenteren und Fähigeren, wie es auch so sein muss in der Evolution. Und die kriegen einige wenige Kinder sozusagen. Und schon haben wir das Überbevölkerungsproblem gelöst und auch das Hungerproblem in der Welt gelöst. Denn diese Kette, die wir gemacht haben, dass wir bisher, wenn wir geholfen haben, dass wir die Babys gefüttert haben, das hat immer dazu geführt, dass die Babys erwachsen wurden, wieder Kinder bekamen, sich selbst nicht ernähren konnten und die Babys nicht ernähren konnten. Und das ist unendliches Leid, was wir dadurch produziert haben. Also wir unterbrechen die Kette des Leides, indem eben die Mütter sich selbst entscheiden, ihre Babys nicht anzunehmen, weil sie für die Babys keinerlei Unterstützung kriegen. Und so müssen wir überall, muss in der Welt das Kindergeld abgeschafft werden, Sozialhilfe für Kinder, Hartz IV für Kinder muss abgeschafft werden, muss runtergefahren werden und ganz abgeschafft werden. Denn sozusagen dann und dann muss natürlich auch Hartz IV und entweder wir führen ein mini bedingungsloses Grundeinkommen ein oder wir führen, wir machen Hartz IV ganz runter, bei uns laufen gerade Tests, mit wie viel Euro man sich im Monat gesund ernähren kann, also mit Gemüse, Obst, Salaten und so weiter. Und die Schätzung, also die Tests, so bisher kreist es so rum, dass da für 120 Euro im Monat ausreichen, könnte aber auch sein, dass man mit 70 Euro schon gesundes Gemüse kriegt. Natürlich können wir bei Hartz IV nicht die höchste Super-Bio-Qualität finanzieren, aber durch die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege wird es sowieso kein giftiges, gespritztes Gemüse und Obst mehr geben dann sowieso, weil die Supermärkte das gar nicht mehr im Programm haben werden. Ja, und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und das haben sie alles nicht in der Schule gelernt. Und deswegen leben wir in einem völlig verrückten, total schädlichen System, dass ständig für uns Menschen jeden Tag eine Qual ist, das irgendwie zu durchstehen, diese Sache. Und ja, morgen streiken ja wieder die Fridays for Future. Ich kümmere mich gar nicht mehr drum, denn denen fehlt auch diese Schulbildung. Deswegen sind sie nicht in der Lage zu verstehen, dass den Planeten Erde nur eine Instanz auf der Erde kompetent retten kann. Das sind die nextscientistsforfuture.de und die sind irgendwo anders und beschäftigen sich mit wirren Gedanken und denken, leben in solchen Welten wie, ja, wir haben Platz, alle Leute kommt rein und so weiter. Man sollte mal, Greta oder Luisa, wenn sie sowas sagen wie, wir haben Platz, sollte man einfach mal einen Flüchtling in die Wohnung setzen. Dann sollen sie mal sehen, wie sie damit klarkommen, mit all diesen netten Menschen aus aller Welt. So. Und ja, also all das, was ich eben gesagt habe, all diese Zeitskala und die Wände sozusagen, sagen, wie wir den Fehler von vor 400.000 Jahren korrigieren, sozusagen, durch die 20 Reformen der nextscientistsforfuture.de. Und ja, das sollten sie einfach versuchen zu googeln, bei YouTube zu suchen, Bilder davon zu sehen, alles nachzugucken und so weiter. Und damit die Schulbildung, die sie nie hatten, nachzuholen. Denn unser Bildungssystem ist eine Katastrophe, eben weil auch die Lehrer dann die größten Karrieren machen konnten, je mehr sie der Bildung der Kinder geschadet haben. Ja, und den Milliardärskönigen, den müssen wir halt klar machen und unseren Politikkönigen und Journalistenkönigen und irgendwie erreichen wir bis jetzt noch keinen Intelligenten. Am Wochenende haben wir ja die ersten Konferenzen, Konferenz mit der Partei Wir 2020, mit der könnten wir jetzt versuchen, von den 56 Prozent, die die nextscientistsforfuture in simulierten Bundestagswahlen erreicht haben, wenigstens mal 10 Prozent bei der Bundestagswahl zu realisieren, dass dann diese Partei als Koalitionspartner wesentlich die Politik mitbestimmt. Und dann hätten wir, eigentlich hätten wir Deutschland noch mal gerettet. Ansonsten haben Sie es ja gesehen, wir machen viele englische Sendungen, weil wir, wenn das mit der Partei Wir 2020 nicht klappt, weil wir fürchten, dass Deutschland schon tot ist, der deutschsprachige Raum schon tot ist, dass die Gehirngröße durch viele Faktoren, Bismarcks Sozialgesetzgebungen, durch Revolutionen, wo die Klugen getötet wurden und deswegen auch keine Kinder mehr hinterlassen konnten. Und Hitler hat die ganzen klugen Juden, also die deutsch-jüdische Intelligenz, getötet oder vertrieben. Und er hat auch viele kluge Leute im Krieg verheizt sozusagen. Und all diese Leute mit den großen Gehirnen konnten ja keine Kinder mehr bekommen. Und deswegen stammen alle großen Erfindungen der letzten Jahrzehnte nicht mehr aus Deutschland, sondern aus dem Rest der Welt. Und also ist möglicherweise befindet sich, es besteht, also läuft der deutschsprachige Raum auf eine Zukunft zu, wie das römische Empire, absoluter Niedergang. Und ja, und wir hoffen jetzt halt über die englische Sprache, das ist die einzige, die wir jetzt so einfach sprechen können, irgendwo im Rest der Welt auch nur einen klugen Milliardärskönig, Politikkönig oder Journalistenkönig zu erreichen mit Einfluss, sodass wir dann da sozusagen dann halt diesen anderen Staat korrigieren können. Ja, Schluck Wasser. Dann haben wir noch hier die Tagesthemen zum Schluss. Ja, also, die Gemeinwohlökonomien. Christian Felber, die feiern gerade ihr Zehnjähriges. Ist halt viel zu wenig, weil die Next Scientists for Future haben über 50 Jahre gebraucht, weil gut Ding Weiler haben will. Solche Schnellschüsse sind also meistens dann auch nicht ausgereift. Und das ist es auch. Die Gemeinwohlökonomien, aber da kann man schon auch Felbers Ansatz und der Next Scientists for Future, wenn man unbedingt will, könnte man das auch als eine Variante der Gemeinwohlökonomien bezeichnen. Und wir nehmen ja mittlerweile noch dazu und sagen, haben ja auch der Partei WIR 2020 empfohlen, noch so die Stichworte Bürgerrat, Bürgerversammlung, Volksentscheide, mehr Demokratie und so weiter noch mit ins Denken reinzunehmen. Und ich hoffe, dass wir das dann denen klar machen können, dass sowohl die Gemeinwohlökonomie nicht ausgereift ist, als auch diese Konzepte der Bürgerräte, Bürgerversammlung und so weiter nicht ausgereift sind und nicht taugen für eine Praxis. Ja, also die Gemeinwohlökonomien plus Fridays for Future, jetzt morgen der Streik gegen Markus Krall. Also wo die Recht haben, ist, dass sie eben eine tiefe Skepsis gegenüber dem freien Markt und der freien Arbeitsteilung haben. Nur wissen die nicht so richtig hin, wohin mit ihrer Skepsis. Aber Markus Krall sozusagen lebt in diesem Aberglauben, der eben nicht zur Kenntnis nimmt, dass freier Markt grundsätzlich schlechte Ergebnisse hat. Er grundsätzlich erkennt Krall richtig, dass Markt hilfreich ist, weswegen man natürlich auch in einer neuen Gesellschaft gezielt immer schön Marktelemente einsetzt, aber dass freier Markt in der Summe mehr Schaden anrichtet. Das heißt, wir brauchen gelenkte, gelenkten Markt und gezielt eingesetzte Marktelemente. Aber das schafft wohl Dr. Markus Krall nicht, weil all diese Leute natürlich sich nie mit Kritik auseinandersetzen, sondern sich wie, im Prinzip wie Gurus verhalten und ihre, naja, solange sie so viele Leute haben, die ihnen nachlaufen, ist es ihnen ja auch vielleicht nicht zu verdenken, dass sie dann ihre Irrtümer beibehalten, solange es so viele Leute gibt, die diese Irrtümer gerne hören. Und Hans-Werner Sinn, der erkennt schon auch, ja, freier Markt, nee, nee, also das ist nicht immer gut und so, ja, da muss man schon drüber nachdenken, das ist immerhin schon ein bisschen besser. Und Sarah Wagenknecht, ja, das ist eben das Problem, immer dieser Gedanke, die Welt wird besser, wenn wir von den Reichen es wegnehmen und es den Armen geben und dann bedenkt sie nicht, dass sie damit eine Kinderschwemme der Nichtqualifizierten auslöst und der wenig Klugen, ja, also der dritte große Irrtum ist ja, muss ich nochmal kurz sagen, der dritte große Irrtum der Menschheit ist ja hier ganz kurz gesagt, dieser Aberglaube, dieser antiwissenschaftliche Aberglaube an die Gleichheit, dass jedes Kind, das geboren wird, ein potenzielles Genie sei, in Wirklichkeit ist die Evolution ein grausamer Ungleichheitsgenerator, der eben Erwachsene mit 0,9 Liter Gehirn und Erwachsene mit 2 Liter Gehirn erzeugt und im Durchschnitt sind die mit den 2 Liter Gehirnen sehr klug und die anderen sehr dumm und diese Grausamkeit akzeptiert, will man nicht akzeptieren, man träumt von einem Schlaraffenland oder einem Paradies, das aber die Evolution aus vielen Gründen nicht zulassen konnte, sozusagen, weil es immer darum geht, dass bei Veränderungen in der Welt sozusagen immer noch unterschiedliche, andersartige Lebewesen da sein müssen, die dann in den neuen Bedingungen gut zurechtkommen und dann Nachkommen hinterlassen, während alle anderen, die eben sozusagen nicht da gut reinpassen, dann natürlich aussterben und deswegen ist die Evolution so ein grausamer Ungleichheitsgenerator. Ja, und wir müssen eben dafür sorgen, dass wir, also das sind die drei großen Zentralirrtümer der Menschheit, der Aberglaube an den freien Markt, die freie Arbeitsteilung und an die Tatsache, dass jedes Kind, das geboren wäre, ein potenzielles Genie sei und diese Aberglauben müssen wir einmal als erstes angreifen, sozusagen. Ja, 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 so, ja, ich glaube, das war es auch soweit. Und, ja, und diese Idee hier, Sarah Wagenknecht, immer, ja, wenn wir von, wir nehmen von den Reichen und da spielt sie mit dem Feuer, weil dann wir dann das Problem haben, wie viel von den Reichen und Fähigen und den Arbeitsplätzen Schaffenden wandern ab und wenn wir das Geld den Armen geben, wie viel Kinder, nicht arbeitsfähige Kinder, nicht bildbare Kinder mit kleinen Gehirnen produzieren wir, die also dann der Sargnagel des deutschsprachigen Raumes sind und zum Untergang führen, sozusagen. Dieses Problem berücksichtigt Sarah Wagenknecht nicht und deswegen ist sie da auch gefährlich. Also, wir sollten nur über vier Dinge diskutieren und auch die Fridays for Future sollten nur über vier Dinge diskutieren. Gemeinwohl, Ökonomie, Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksentscheide, mehr Demokratie und Next Scientist for Future, die 20 Reformen der Next Scientist for Future, Alles andere ist Irrtum, 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 der nie zu was führen wird. Ja, ich glaube, das war es schon wieder für heute. Tschüssi, bis bald.